Ich bin nicht sehr umsichtig mit ihm, würde ich mal sagen. Okay, den, den. Sie hat angegriffen, ne? Dann macht Sharks ihn jetzt platt. Okay, der ist weg. Der hat noch 36, der hat 24, was ist denn der? Ja, nur noch 6, das geht Tüte auch alleine hin. 36, dann nehme ich den stärksten hier. Au. Tüte. Geht hier hin und greift den an. Und dann ist er tot. Dalkin. Kann den von mir das ganze Plätten mal jetzt. Sehr schön. Haben nur noch einen. Der geht auf mich. Spiel am Zug, ich räche mich direkt. Der lebt immer noch. Endlich. Krieg ist eine wahrlich bedauerliche Angelegenheit. Wir sehen uns gezwungen, jene zu bekämpfen, die wir schützen wollten. Es tut mir so leid, Otis. Und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Gebt die Hoffnung nicht auf, Otis. Wir werden den Magus aufhalten und euer Volk retten. Jedenfalls sind wir jetzt mit zwei Feinden konfrontiert. Wir müssen noch vorsichtiger sein. Hoffentlich kann ich mehr von meinen Landsleuten retten, als wir töten. Sonst ist all das hier umsonst. 322. 322. Wirf es. Nein. Ich brauche das. S700. Ah, da warte ich noch eine Runde. Ich will einen, einen Mega. Einen Mega-Kämpfer haben. Ah, bei der Nase juckt die ganze Zeit schon. Dann gehen wir mal hier oben lang. Geheim Waffen. Leutnant. Wir werden Dämonia belagern. Die Katapulte müssen in absolutem, makellosem Zustand sein. Ich verlasse mich darauf, dass ihr sie unterwegs schützt. Mein Herr, ihr seid ein großartiger Zauberer. Ähm, danke? Ihr habt bestimmt jede Menge magische Kräfte, mystische Relikte und all sowas. Stimmt's? Ja, ja, natürlich. Worauf wollt ihr hinaus? Nun ja, warum sollen wir diese großen Maschinen selbst bewegen? Wir können sie zum Fliegen bringen. Sie teleportieren. Oder sogar eine magische Abwehr benutzen. Das könnt ihr doch, oder? Es ist tatsächlich schon so spät. Ich muss wirklich los. Viel Glück. Ach, und wenn ich auch nur den kleinsten Kratzer an den Katapulten finde, wird euch das vom Sold abzogen. Soldaten. Vorwärts. Marsch. Andere Richtung. Hä? Ähm, Leutnant. Der Mond ja ist in der anderen Richtung. Ach, wirklich? Also gut. Ganze Abteilung kehrt. Nein, 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 nein. Ihr, nicht ich. Halt, wartet. Ich, nicht ihr. Ähm, andersrum. Soldaten. Na gut, fangen wir von vorne an. Wie schrecklich. Diese Maschinen werden hunderte von Leuten töten. Stimmt. Wenn die Belagerungswaffen Dämonia erreichen, ist der Krieg bald zu Ende. Wir müssen etwas unternehmen. Also gut. Wenn diese Todeswerkzeuge ihr Ziel erreichen, gibt es keinen Grund weiterzumachen. Zertrümmen wir sie. Ach so. Die schaffen wir niemals. Kann ich nicht außenrum? Okay. Okay. Ich bin hier rein. Wir können einem schon fast leid tun. Okay. Gegen die alle jetzt? Oh, das ist schleppend. Okay. Aber die sind ja nicht so stark. Sterb trotzdem nicht. Okay. Magus. Du schützt uns, ne? So ein wenig zumindest. Er hat nur noch neun. Da haut Scharks kaputt halt. Nice, Scharks. Tüte? Tüte kann ja auch mal stürmen, oder? Da kommen Otis hier unten hin. Otis kann stürmen. Und die kommen jetzt einfach in den Schutzbereich. Ich mag den Schutzbereich. Ich mag gerne einfach rund. Soll ich dir noch ein Energy bringen? Ne, danke schön. Da kann ich gar nicht mehr schlafen. Oh, die Katapulte. Ich mag die Katapulte. Otis. Baller sie weg. So, du gehst ein bisschen runter und zeigst dir mal den Schutzbereich an. Okay, da können wir jetzt mal ein bisschen agieren. Der hat noch 12. Dalkin hat noch 81. Das sieht ja alles noch ganz sauber aus, ne? Ist der böse oder gut? Okay, der ist böse. Das heißt, den mache ich. Boah, der ist aber stark auch. Der hat noch 17. Schlitzer. Nice. Boah, der war... Ja, nice halt. Habe ich sie laden lassen? Ne, sie hat geschlagen, ne? Ja, dann stürmt sie halt auch. Oh, das haben wir schon, ne? Genau. Dann kommt der hier hin. Angriff auf den da. Dann ist der nämlich auch weg. Der kann den Soldat angreifen. Schatz macht das doch nicht ohne Hintergedanken. Meinst du? Ah, was hängt denn hier fest? Wow, okay, mein Schwanz ist zu lang. Tüte. Sie hat das getweetet. Okay, wir haben den hier noch, den hier noch, den hier noch. Wir haben Sharks. Und sie kann Eis. Pass auf. Das ist super gut, Mann. Zu viele Leute. Soll ich diesen Bereich halten? Oder soll ich... Ah, Otis kann eh nicht weiter. Er hat ja noch den hier. Okay. Wenn ich den wegmache... Oder den... Ich könnte ihn töten. Was? Er lebt immer noch. Dalkin. Schutz. Tüte. Heilen. Dalkin. Du? Du töten den hier. Du? Kommst ruhig mal eine Etage tiefer. Du bist ja was stärker. Der hat leider zu viel Kraft. Die leider auch noch. Warte. Wenn du den richtig Zittrigen hast vom Koffein. Ach so. Ich muss den Bereich halten. Okay, also ungefähr das, was ich versuche zu tun. Oh Gott, die kommen alle. Die scheiß Belagerungen da unten. Oh, Dalkin. Es wird langsam eng für dich. Oh Gott. So. Hat sie jetzt noch... Ne, sie hat kein Eis mehr. 43, 60. Otis. Kann nicht wirklich weit laufen. Es ist irgendwie so ein bisschen verschwendet. Unzufrieden. Ich gehe mal gerade hier hin. Angriff. Oh ne, das ist der Fette. Ich greife den an. Ich nehme den hier runter. Zum Schützen. Ich weiß nicht, ob das alles so gut war. Eigentlich wollte ich den da weg haben. Das hat ja nicht funktioniert. Heilen. Oh, das kommt einfach hier rein und stürmt. Das eine Katapult hat noch ein Leben. Ach so, das hat einen Eisschaden bekommen von Sharks. Ja, da kommt ja gleich nochmal ein Schaden. Der Rekrut wird sterben. Tut mir leid, Rekrut. Der. Hm. Ich mochte den Rekrut. Papiertüte ist wieder da. Dalkin, ey. Wir müssen langsam mal ein paar Leute töten. Der kann nicht mal so viel abwehren. Oh Gott, der ist gleich tot. Und dann sehe ich richtig alt aus. Okay. Der ist noch sehr stark hier. Sharks. Eis. Du kommst leider nicht bis zum Katapult. Dann war das eben Tüte, die dich verletzt hat. Otis kann doch auch noch. Er kann nicht bis darunter. Du musst erst sterben hier. Dalkin, du musst schützen. Das tut mir leid. Wenn ich den hier totkriegen würde, das würde mir doch sehr helfen. Oder ich gehe einfach hoch. Weil Otis ist ja geladen. Dann riskiere ich das jetzt. Dann sterbe ich vielleicht. Aber sonst ist ja auch Rotis immer gestorben. Rotis? Geh mal hier hin. Und mach mal den Hieb. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ich hätte aber erst den angreifen sollen. Okay. Das war's. Okay. Dies geht über Fire Emblem. Echt? Den Teil des Spiels hätten sie aber kürzer machen können. Boah, das sagst du was. Ich mach nur still wie ein Mäuschen. Dalkin ist tot. Er hat ihn getötet. Wenigstens das noch. Ich habe ihn auch getötet. Oh, Dalkin. Wenn du noch eins abwärst, bist du weg. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Wer braucht denn Heilung? Ich, ne? Okay. Der ist viel zu stark noch. Den kriegen wir down. Da komme ich nicht dran. Dann mache ich den. Bogenschütze dürfen ja nicht so stark sein, ne? Okay.